So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soul Reaver 1. Wir haben beim letzten Mal die Sound- und Sonnenlichtprüfe uns geholt und sind nun komplett ausgestattet für den letzten Abschnitt, den wir jetzt natürlich auch noch bestreiten werden. Und dafür werden wir zum vorvorletzten Teleporter reisen. Es gibt ja noch zwei, weil die Teleporter ja so quasi als Safes gelten. Ich weiß nicht, ob ich den End bekomme. Vielleicht wirklich noch heute mache. Jetzt sind wir schon 22 Uhr. Und ich glaube, ich werde dann einfach nur noch ein Video wahrscheinlich rendern für morgen. Also die zwei Videos. Na, das eine wird relativ lange dauern. Wahrscheinlich nur noch ein Video rendern, um dann zu beziehen gehen. Ähm... Ich glaube, hier irgendwo in der Gegend sollte es auch noch... ...irgendwo... ...eigentlich ein Geheimnis geben. Ähm... Ähm... ...wieso... ...wieso nicht? Ich glaube, so oft wie dieses Mal habe ich die Sonnenlichtrüse noch nie verwendet. Ich mache gerade auch auf Bauch eher, um mich einmal umzusehen. Und hier geht es dann schon nur irgendwo rein. Oh, ne. Hier ist nur... ...ein Feuerchen. Und hier ist soweit auch nichts. Oh, das war so ein Vögelchen. Okay. So. Und das Witzige ist, hier war man, ähm... ...Latom auch. Denn... ...wir sind hier... ...quasi... ...ich glaube auch in der Nähe von Maleks Festung. Vielleicht sogar in seiner Festung, dass er alles sehr danach aussieht, sein Klanggebiet gebaut hat. Und in der Nähe von Maleks Festung war auch damals Möbius der Zeitstromlenker. Ich muss einmal kurz hier rum. Und... ...vielleicht erkennt man ja diese Symbole noch. Aus dem allerersten Teil, also Bad Omen. Klasse ist... Ich bin da echt, echt gut drin. Das Schlimmste ist, das kommt jetzt in dem gesamten Abschnitt. Ein gesamter Abschnitt, den ich jetzt wahrscheinlich sowas vorne krissen werde. Obwohl ich ihn eigentlich liebe. Also... ...der Abschnitt, der jetzt kommt, ist hauptsächlich geil designt. ... 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 Und das ist auch so cool. Ich finde auch, das Design hier erinnert sich sehr an die Höhlen, die man zu Möbius gegangen ist. Weil die Höhlen in Blood Omen waren ja so bläulich, lieder angehaucht. Und hier ist das halt auch. Dazu befindet sich das Design von Blood Omen 1 hier so ein bisschen wieder. Das ist natürlich nur... meine Meinung gerade. Ich bin zum Glück eh in diese Welt. Ich hab da den Pfeil eben nicht... den einen Pfeiler eben nicht gesehen. Zum Glück muss ich hier nicht ganz rumlaufen. Oh, das ist das Ding. Ich erinnere mich. Okay. 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 So. Damit geht das so. Ah, ja, ich verstehe. Diesmal verstehe ich tatsächlich. Oh Mann. Nicht lassen wir da einfach liegen. Dies braucht er gar nicht. Das Rätsel ist eigentlich sogar ganz cool. Und wir in diese Richtung schieben. Das hier zu ist gar nicht mehr so schlimm. So, damit machen wir das jetzt wieder auf. Und reisen wir einmal in die andere Welt. Hier eben so. So. So, da bin ich wieder. Ich muss eben ganz kurz rupen. So. Immer wieder so mein Raumproblemchen. Irgendwann warte ich drauf und... Ja. Ich bin da wieder ein bisschen am Leiden. Ja, Mann, am Meckern. So. Immer eine scheiß Kamera. Das dauert das immer länger. Das dauert das immer länger. So. Jetzt einmal wieder auf die andere Seite. Jetzt ewige Wechseln von der einen auf die andere Seite. Oh. Gut. Jetzt geht die Seite auch zu. Jetzt muss die Kiste... Und das andere Ding hier rein. Das ist alles offen. Wunderbar. Brauch. Ja, Glyphenenergie, die nehme ich natürlich mit. Ich will gerade erst mal gucken. Dass ich irgendwo in die Verdrückung gehe. So. Das geht ja hier nicht. Oh Gott. Wie ist ich denn da? Ah, da. Ja. Kommt. In der Seele. Entshaft. Gut, ich kann warten. Nein, ich kann nicht warten. Komm her. So. So. Das. Ähm. Ah. Ah. Hi. Hi. So. So. Drin? Wie ist er auch drin? Ich überlege gerade nochmal, wofür wir das nochmal alles machen mussten. Das ist wieder dieses Atmen-Atmen-Ding da. Ja, ich benutze diese Flüffe sehr sehr oft. Ich kann es halt leider gerade nur in eine Richtung. Die andere Richtung kriege ich es definitiv nicht hin. Kannst ja mal versuchen. Ja, Glück. Ich habe Glück als Verstand hierbei, ist es egal. Ich bin dabei gleich lang. Ah, okay. Ah. Das ist bei dem anderen Loch. Klingt jetzt auch komisch, ne? Hier ist nur das hier. Ähm. Ja. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell ich eigentlich mittlerweile durchkomme. Ja. Nein, die Katzen da oben. So. Gehen wir zurück? Wie wissen wir, was in dem anderen Ding da noch ist? Wie? Ich ziehe mal. Es geht nicht, dass wir hier auch ein... Ein Secret oder sowas finden. Oh-oh! Hier noch irgendwas finden! Doch nur zum wechseln. Erhöhen wieder. Aufladen! So. Damit das alles nicht verloren geht. Ich frage mich immer, ob das hier Vampire darstellen soll. Vampire und etwas anderes. Aber auch das ist nur eine Spekulation. Okay. Weil du hier sowieso gerade lauerst. Kann ich hier auch gleich mitnehmen. Hier muss ich das natürlich machen. Denn das kommt ich hier nicht weiter. Erstmal wieder machen. Tschau. Ja. Ja. Wir drehen das Ganze hier einfach mal. Denn Möbius war nicht dumm. Die größere Frage, die ich mir hierbei stelle, wie hat Möbius das hier hingekriegt, ohne dass er diese Fähigkeit gehabt hat. So, wir nähern uns auch langsam dem Ende. Vor dem Ende passiert hier noch ein bisschen was. Das war ein bisschen was Nerviges. Möbius. 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 und hier runter. Ach ja. Das hier ist einfach. Hier müssen wir jetzt die passende Farbe hinpacken. Das Rätsel ist echt cool. Es passt auch sehr gut, wie ich finde, zu Möbius. Ich frag mich nicht, warum, aber irgendwie finde ich das Rätsel passend und alle, die mich kennen, wissen, ich liebe Farbenrätsel. Das ist so drin. Dann müssen wir das Ding hier auch einmal noch drehen, damit die nächste Farbe eingeloggt ist. Raut. So, und hier hinten müssen wir noch einmal auf Blanche halten. Das hat nicht geklappt. Ja, das Ding kann hier auch viel schlagen. Ich frag mich auch immer, was diese Zeichen hier drauf bedeuten. Ich würde das immer mal nachgucken. Aber ich habe das irgendwie nie hingekriegt damals, nachzusuchen. Ich habe gerade das Kreuz gehört und wir kommen zu Salem. Aber Salem ist oben. Ich bin hier unten. Jetzt wird sie aber noch lange nicht mit Rätseln. Eins, ne, zwei kommen noch. Zwei Rätsel kommen, glaube ich, noch. So. Wollen wir nicht weiter auf den Keks gehst. So. Und jetzt haben wir hier drei Symbole und drei Falter und einen Uhrzeiger, auf dem auch gelb, blau und rot markiert ist. Und dann eine Uhr, auf dem alle Clansymbole vertreten sind. Ich glaube, die Clansymbole, die hier vertreten sind, sind auf jeden Fall mir hier Keks Clansymbol. Ich glaube, das andere ist das von Tourelle. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich könnte mir ja vorstellen, dass eventuell auch hier irgendwie was mit Tourelle geplant war. Aber, naja. Wir sollen jetzt auf jeden Fall die Symbole die richtigen Farben zu den richtigen Dingern anordnen. Oh Mann. Ich mach jetzt erst mal das hier. Oh. So nicht. So. Ich lasse es schon mal auf Cain. Oh Mann. Oh Mann. Ähm. So. Das ist auf mich hier. Hier ist nur noch das Blaue. Ich weiß hier jetzt gerade nicht wo... Ah. Okay. Hier speichere ich noch einmal. Dann können wir auch hier weiter gehen. Oha. Toll. Hm? Oh. Äh. Ich denke jedes Mal ich drücke drauf, dabei drücke ich gar nichts drauf. So. Ja gut. Die Sonnenlichtblüfe ist schon praktisch weise wirklich alle Vampire in der Umgebung komplett erwischt. Und Sonnenlichtblüfe glaube ich nur, die gerade hier so rumlungern. Wir haben halt viele Rätsel mit Zeit zu tun. Logischerweise. Kann ich das hier auch machen? Ich überlege gerade. Was? Was? Gar nicht mehr. Wenn ja, dann... Was? Was? Wir haben jetzt ein Problem. Wir haben jetzt ein Problem. Hier ist natürlich nichts. Wir sehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Wir müssen jetzt hier eh noch warten. Leider. So. Ah. Komm schon. Nur so ein bisschen. Fang an zu leuchten. Leuchte. Leuchte verdammt. Hm? Danke. Okay. Okay. Nope. Total sinnlos. Okay. Das heißt, es muss hier tatsächlich akkurat drehen. Ansch clean. Ja, nein. Ja, quatsch. Okay. Ach, quatsch, quatsch, quatsch. Sooo... Aha! So lief das und trotzdem war das hier. Okay. Oh, Manu. Jetzt einmal hier rüber. Komm schon. Jetzt sind wir hier. Stimmt. Ich glaube, das müsste jetzt das letzte Rätsel sein. Allerallerletzte. Was vor allem dann gut klappt, wenn man hier an die Kisten denkt. Irgendwie soll es auch anders sein. Hier wieder ein Kistenrätsel. Sorever wäre nicht Sorever, wenn der Kurs von Wende auch noch mal in Kisten... Nee, das ist noch nicht das letzte Rätsel. Kommt noch was. Ich hab grad echt überlegen. Okay. Um... Um... Hallo? Genau in die Richtung. Das vorletzte Rätsel müsste das jetzt hier sein. Ich hab nämlich eins total vergessen. Oh, wie schlimm ist das denn? Ich hab schon solche Rücken- bzw. Neckenschmerzen. So. Kommt jetzt einfach mal... ...fach da oben hin. Nein. Ich hab doch schon lange losgelassen. Gut. Das wird jetzt fassen. Und die Türe öffnet sich. Ein Funderkammer. So. Irgendwo... Ja. Das hier muss ich mir jetzt mal merken. Thrift... ...Pattle. So. Das kann ich mir sonst nie merken. Was? 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 Und... Okay. Das wird jetzt nämlich sehr wichtig. So. Das ist das Ding. So. Ich muss so hin. Eigentlich something drin. Da wird ein Ding drin. Ich glaub ich auch richtig mit den Dingern immer noch. Nee. Hier ist das mit dem Pet. Das muss ich vom Ö. Das andere muss das Dreieck sein, was zu diesem Ende ist. Gut, das haben wir schon mal. Wow. Warte mal. Ich glaub, das muss in der richtigen Reinfolge. Ich geh lieber auf Nummer sicher und mach's in der richtigen Reinfolge. Wenn ich's jetzt in der richtigen Reinfolge mache, oder es ist egal in welche Reinfolge... ...egal wie ich bin auf der sicheren Seite. Oh Mann. Was ist das hier, glaub ich? Ich weiß. Oh Gott. Hier muss es jetzt natürlich schief laufen. Und ich glaube, wir sind jetzt auch im letzten Abschnitt dann. Also im wirklich letzten. Und deswegen werde ich hier einen kurzen Cut machen. Und wir sehen uns dann im wahrscheinlich letzten Part. Also ciao.